Mika, der Podcast rund um Sozialpolitik, Sozialwirtschaft, Diakonie und Kirche. Guten Tag, grüß Gott, herzlich willkommen und bienvenue zu einer neuen Ausgabe von Mika, dem Podcast der Diakonie in Bayern. Ich bin Daniel Wagner, Pressesprecher der Bayerischen Diakonie und ich begrüße Sie zum einzigen Diakonie-Podcast in Deutschland, in dem es auch mal Brüsseler Spitzen gibt. Die Pfingstferien sind vorbei mit hoffentlich erholenden Folgen für Sie alle da draußen. Und wer weiß, vielleicht hat der eine oder die andere von ihnen den Urlaub auch außerhalb Deutschlands verbracht, im europäischen Ausland genauer. Um das Soziale in Europa kümmert sich, abgesehen von Impfstoffen, Diktatoren und der Bananenkrümmung, was im Übrigen auch nur ein böswilliges Gerücht ist, die Europäische Union. Und die diakonischen Themen in Brüssel und Straßburg vertritt eine Organisation, von der viele Menschen auch in der Diakonie nicht wissen, dass sie existiert. Eurodiakonia. Was Eurodiakonia tut, welche Ziele sie verfolgt, welche sozialen Themen auf der europäischen Agenda stehen, das wollen wir heute von jemandem wissen, der der EU entsprechend einen durchaus komplexen Jobtitel führt. Er ist Policy and Membership Development Officer. Heute zu Gast bei Mika. Stefan Kitzmann, der bei Eurodiakonia in Brüssel einen komischen Beruf hat und dessen Aufgaben später erklärt werden. Am Mika-Telefon begrüßen wir Stefan Kitzmann von Eurodiakonia. Herr Kitzmann, wo sind Sie gerade? Hallo zusammen. Ich bin in Brüssel, in der Hauptstadt von Belgien. Wenn man es ganz genau nimmt, bin ich in meiner Wohnung. Schon seit einem Jahr oder über einem Jahr sind wir nicht mehr im Büro gewesen und haben die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten. Und damit ist es natürlich genauso, auch wieder ins Büro zu gehen irgendwann. Nun ist die Vernetzung ja etwas, was zu Ihren Hauptaufgaben gehört und ich habe mal auf die Website geschaut, was da über Eurodiakonia steht. Das ist ein Netzwerk aus 52 Kirchen und christlichen Organisationen, die Gesundheits- und Sozialdienste anbieten und sich für soziale Gerechtigkeit einsetzen. Gemeinsam arbeiten Sie, Zitat, für einen gerechten und transformativen sozialen Wandel in ganz Europa, bei dem niemand zurückgelassen wird. So, Herr Kitzmann, das war jetzt die offizielle Variante, wie wir sie da lesen. In eigenen Worten, was ist Eurodiakonia und was genau machen Sie? Kümmern Sie sich um die Krümmung der Banane? Na, nicht ganz. Also wir haben einen europäischen Auftrag natürlich. Wir sind ein, wie gesagt, ein Netzwerk von Kirchen und christlichen Organisationen. Die sozialen Gesundheitsdienstleistungen anbieten und wir versuchen eine Mittlerrolle einzunehmen zwischen der EU-Ebene und den nationalen Mitgliedstaaten. Das heißt, wir gucken, was passiert auf EU-Ebene. Wir versuchen da auch die Position der Diakonie zu vertreten und gleichzeitig auch das Wissen, die Situation vor Ort in den lokalen Einrichtungen auf EU-Ebene zu transportieren. Und da für ein gegenseitiges Verständnis und uns stark zu machen, eben besonders für die am stärksten benachteiligten Personengruppen. Und Eurodiakonia versucht dort eben Mitglieder zusammenzubringen in Netzwerktreffen, wo unterschiedliche Themen behandelt werden. Von Migration zu Kinderarmut bis Zugang zum Arbeitsmarkt oder auch in der Langzeitpflege. Also in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Themenbereichen versuchen wir Positionspapiere zu schreiben, versuchen im Grunde genommen Lobbyarbeit für soziale Themen zu machen. Und genau uns da die Gesetzgebungsinitiativen auf EU-Ebene mit der starken Position der Diakonie in Europa einzusetzen. Also wenn man an Brüssel denkt, dann denken viele Menschen, ich auch, an die Fernsehbilder, die wir da kennen. Der eine oder andere war vielleicht auch schon mal in Brüssel. Das sind große, schicke Gebäude, in die Menschen hineingehen und dann abends wieder hinauskommen. Und irgendwas machen sie da hinter verschlossenen Türen. Was genau tun sie? Ich meine, reden sie mit den Abgeordneten, schreiben sie E-Mails, gehen sie abends ein Weinchen trinken. Was genau tut man als Mitarbeiter von Eurodiakonia in Brüssel? Und zwar ganz konkret. Lassen Sie uns mal von den Papieren abstreiten, weil Papiere sind geduldig und leicht produziert. Das stimmt. Also wir arbeiten relativ stark auch mit der Europäischen Kommission zusammen. Wir sind auch gefördert von der Europäischen Kommission, bekommen Gelder, haben dann einfach auch den Auftrag, eben mit der Kommission zu sprechen. Das heißt, wir treffen dort Kommissare, die für die Themen zuständig sind, versuchen eben auch genauso mit den Abgeordneten aus dem Europäischen Parlament uns zu treffen. Genau, schreiben Mails. Wir sind in unterschiedlichen Netzwerken auch auf EU-Ebene organisiert, wo wir zusammenkommen, um einfach nur eine Plattform zu bieten für Austausch. Genau, ansonsten ist es natürlich auch viel, viel Policy Monitoring, wenn man so sagen kann. Also einfach nur zu beobachten, was passiert. Eben auf EU-Ebene, was wird diskutiert, weil die europäische Säule sozialer Rechte oder Initiativen zumindest lohnt. Genau, also es ist relativ viel, ja, auch Verwaltungsauf- oder Arbeit, sage ich mal, bei uns, wo wir einfach nur versuchen, auf dem aktuellen Stand zu bleiben und, wie gesagt, diese Mittlerrolle einzunehmen. Es ist viel Event-Management, würde ich behaupten, auch bei mir konkret. Das heißt, wir haben mindestens alle zwei, drei Monate steht eine größere Konferenz an, die wir organisieren oder es sind Webinare, die wir veranstalten. Ich selber nehme an vielen, ja, natürlich jetzt seit dem letzten Jahr dann an vielen Online-Veranstaltungen teil, um dort auch immer wieder präsent zu sein und eben die Position von Euro Diakonier zu vertreten. Das wären so ein, zwei konkrete Beispiele. Klar, wenn man sich da vor Ort oder mit Leuten persönlich treffen kann, dann passiert auch viel im zwischenmenschlichen Bereich, dass man dann auch abends mal einen Wein trinken gehen könnte oder sich auf Veranstaltungen dann vor Ort natürlich auch trifft. Das fällt aktuell weg, was es natürlich auch nicht einfacher macht und genauso fehlt uns auch diese Verbindung zum Teil mit unseren Mitgliedern, weil wir es eben nicht mehr schaffen, die Treffen dann vor Ort zu organisieren und unsere Mitglieder zu besuchen, was normalerweise sonst auch eine große Säule von unserer Arbeit darstellt. Dass wir vor Ort sein können, dass wir, ja, Mitglieder miteinander vernetzen, Projekte versuchen zusammen auf die Beine zu stellen, zu gucken, welche Fördermittel es gibt, wo, wo könnte man die abgreifen. Ja, das sind ein paar konkrete Aufgaben. Ansonsten ist trotzdem immer wieder auch eben Positionspapiere zu schreiben. Das braucht auch eine Vorbereitungszeit. Man muss eben wieder gucken, was machen die Mitglieder in dem Bereich. Ja, aktuell bin ich an einem Members-Mapping dran, im Bereich Obdachlosigkeit zu schauen, was passiert in den unterschiedlichen Ländern, was machen unsere Mitglieder, um das dann auch wieder sichtbar aufzubereiten in einem Report, den wir dann auch wieder zur Verfügung stellen, damit andere Leute sich dann ein Beispiel auch mitnehmen können. Also über die einzelnen Themen sollten wir nachher nochmal sprechen, aber gehen wir nochmal kurz ins Grundsätzliche. Europa hat in den letzten Jahren ja einiges anfedern lassen müssen als Idee. Um ein paar Beispiele zu nennen, Brexit, der erstarkende Nationalismus, der Streit um eine gemeinsame Flüchtlingspolitik und auf der anderen Seite gibt es dann Momente, in denen Europa auch ein bisschen die Muskeln spielen lässt oder ist zumindest versucht, wie jetzt in der Auseinandersetzung mit Lukaschenko. Jetzt müssen wir aber dazu sagen, wir nehmen die Sendung auf am 28. Mai. Wenn sie ausgestrahlt wird, hat sich die politische Gemengelage sicherlich noch einmal verändert. Aber nochmal, welche Rolle spielen denn diese politischen Grundsatzdebatten in der Arbeit von Eurodiakonien? Merken Sie sowas? Ja, wir merken es schon. Allerdings ist unser Fokus natürlich auch auf Themen zur Bekämpfung von Armut oder sozialer Ausgrenzung in erster Linie. Und ja, da ist doch die Kompetenz im allergrößten Teil auch auf beide Mitgliedstaaten. Und ja, genauso eben merken wir natürlich auch zum Teil einen Vertrost. Oder es ist immer wieder so das Gespräch auch von wegen, ja, sehr, sehr bürokratisch. Und das dauert auch alles relativ lang, auch auf EU-Ebene. Dessen sind wir uns bewusst. Aber trotzdem hat beispielsweise auch eine erst kürzlich veröffentlichte Eurobarometer am Studie ergeben, dass neun von zehn Europäern ein starkes soziales Europa als wichtig für sie persönlich empfinden. Und ich glaube, auch das hat Corona gezeigt, dass viele der Probleme eben nicht mehr nationalstaatlich auch gelöst werden können und uns dann eine gemeinsame Verantwortung auch gibt, auch auf europäischer Ebene. Und auch da spüren wir einen neuen Wind und hoffen auch, dass wir jetzt auch wieder mit dem Wiederaufbau- und Resilienzplänen und hoffentlich auch der Zeit nach Corona dann nicht wieder zurück zum Alten gehen, sondern dass auch da ein neuer, frischer Wind weht, sag ich mal, für ein stärkeres soziales Europa, wo Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen viel, viel besser wird. Und ich denke, auch da hat Europa gezeigt, klar mit den Schwächen beispielsweise in der Impfstoffbestellung, dass das vielleicht länger gedauert hat, als wir uns das alle gewünscht hätten oder es auch möglich gewesen wäre. Aber gleichzeitig bin ich auch persönlich froh, dass das auf EU-Ebene stattgefunden hat und dass wir da nicht in nationale Einzelkämpfe gegangen sind, wo sich wieder jedes Land einzeln um die Impfstoffbeschaffung beispielsweise kümmert. Und genauso ist es auch mit außenpolitischen Themen, um die wir uns jetzt natürlich nicht kümmern. Aber ja, manchmal habe ich das Gefühl, eben der Eindruck von Europa ist vielleicht nicht immer ganz so positiv, aber ich denke auch, ja, genauso ist es wichtig aus der Historie heraus, dass es ein Friedensprojekt ist, Europa für das es sich lohnt, sich weiterhin einzusetzen. Und ja, wir versuchen das auch mit Diakonie eben auch auf starke soziale EU-weite Mindeststandards hinzuwirken. Und ja, auch wenn es vielleicht länger dauert, auch wenn eine gewisse Kompromissbereitschaft natürlich auch immer wieder braucht, damit 27 Mitgliedstaaten sich auf eine gemeinsame Linie verständigen, dauert es Zeit. Aber ich denke, es ist trotzdem die beste Lösung, die wir aktuell haben. Sie haben Corona und die Impfstoffbesorgung als ein Beispiel für, ich nenne es mal mit meinen Worten, holprige, aber gelungene Zusammenarbeit innerhalb Europas beschrieben. Die europäische Flüchtlingspolitik ist jetzt aber das krasse Gegenteil. Welche Rolle kann Eurodiakonia denn hier spielen? Denn also die Position der Diakonie in Flüchtlingsfragen ist doch verhältnismäßig eindeutig. Es ist schwierig. Wir können oftmals auch wieder einfach nur auf die Missstände hinweisen und das versuchen, so öffentlich wirksam wie möglich zu machen, um im Endeffekt auch auf eine veränderte Wahrnehmung in der Gesellschaft hinzuwirken, damit der politische Druck auf Parteien steigt in der Frage dann auch aktiv zu werden. Und es ist leider besonders auch in der Flüchtlingsfrage ein Versagen auf EU-Ebene, das wir genauso auch sehen. Und es ist auch 2015, wo man immer wieder so als Flüchtlingskrise betitelt wurde. Es ist keine Flüchtlingskrise, das ist eine politische Krise, dass wir es nicht schaffen, uns da gemeinsam dieser Thematik anzunehmen. Und es ist frustrierend, sehe ich genauso. Und wir versuchen trotzdem eben dann in den Initiativen, die auch auf EU-Ebene ja aktuell auch verhandelt werden, da die Position der Diakonie stark zu vertreten. Und wir bitten natürlich auch beispielsweise Diakonie Deutschland, auch ihren Einfluss auf die Regierung geltend zu machen und diese Thematik immer wieder in den Vordergrund zu rücken. Und genauso versuchen wir, diesen Kontakt mit allen anderen unseren Mitgliedern herzustellen und in Griechenland, in Spanien. Aber ja, es ist dann leider immer wieder doch auch die Schwierigkeit, dass die Kompetenzen dann bei den Mitgliedstaaten sind und dass es dann oft eine Einheitlichkeit braucht oder eine Einstimmigkeit, die dann immer wieder auch im Teil blockiert wird aus beispielsweise Ungarn oder Polen. Ja, das ist leider dann schwierig. Aber genauso haben wir dann auch wieder in dem Bereich Projekte, beispielsweise wo Inklusion für geflüchtete Menschen vielleicht gut gelingt oder diese humanen Korridore, die als einen möglichen Baustein gesehen werden können in dem Bereich, um auch da wieder zumindest sichtbar zu machen, was Diakonie in dem Bereich leistet, in der Inklusion von Geflüchteten. Sie haben als Beispiel jetzt die Diakonie in Deutschland genannt, die verhältnismäßig präsent und verhältnismäßig arriviert stark ist. Wenn ich mir jetzt mal anschaue, wer bei Ihnen bei Euro-Diakonie arbeitet, da haben wir den Chef aus Norwegen, die Vize-Chefin kommt aus Italien und der Vize-Chef, der andere aus Finnland. Und die Organisation dort hört auf den lustigen Namen Diakonie Salaitos. Dann habt ihr noch Leute aus Polen und Rumänien. Jeder dieser Mitarbeitenden von Euro-Diakonie, ja versucht ja wahrscheinlich im eigenen Heimatland auch die Diakonie nach vorne zu bringen, hat aber dort wahrscheinlich nicht immer das Standing, das die Diakonie in Deutschland hat. Also wenn ich an die Diakonie in Italien denke, die wird es relativ schwer haben, diakonische Positionen in der nationalen Politik zu kommunizieren oder zu verankern. Was bedeutet das denn für die Arbeit? Ja, nach Ihnen. Nein, genau, was bedeutet das für die Arbeit, war vielleicht Ihre Frage. Genau, und unsere Mitgliedschaft ist sehr, sehr divers. Und Diakonie Deutschland, wie Sie schon gesagt haben, ist mit Abstand unser größtes Mitglied. Und die Diakonie Deutschland hat auch ein eigenes Büro hier in Brüssel, mit dem wir natürlich auch sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Sie haben das Beispiel schon genannt, auch in Italien, ist die Diakonie natürlich auch historisch viel kleiner als beispielsweise unsere Partner von der Caritas. Genau, wir haben auch Mitglieder, das sind kleine Nichtregierungsorganisationen, vielleicht von zehn Mitarbeitern bis hin zur Diakonie in Deutschland mit über 500.000 oder 600.000 Mitarbeitern. Und auch nicht alle unsere Mitglieder machen wirkliche politische Lobbyarbeit auf nationaler Ebene. Genau, und trotzdem haben wir die Chance, in gemeinsamen Positionspapieren auch die Position von Italien oder von kleineren Mitgliedern mit aufzunehmen und die Realitäten vor Ort aus der Sicht unserer Mitglieder, egal wie groß oder wie klein sie sind, mit in unsere Arbeit mit aufzunehmen. Und oftmals versuchen wir auch, Hilfestellung zu geben, um da vielleicht auch das aufzubauen, dass das ein mehrfach ein Schwerpunkt sein könnte, der eher wieder entwickelt werden kann. Diese abdokatorische oder anwaltschaftliche Arbeit für benachteiligte Personengruppen. Aber es macht es auch manchmal nicht unbedingt einfacher. Sie müssen dicke Bretter bohren, sagen Sie uns. Das sind dicke Bretter auf jeden Fall. Sie haben, vermute ich, ein relativ gutes Überblickswissen, was denn die lokalen Themen angeht. Gucken wir doch mal, vielleicht können Sie mal ein paar Beispiele nennen. Also in Deutschland wird ja seit Jahren über die Reform der Pflegeversicherung diskutiert. Wir haben irgendwie die Reform der Kinder- und Jugendhilfe. Um mal zwei Themen zu nennen, Obdachlosigkeit, Armutsbekämpfung. Was ist denn in anderen Ländern oben auf der Agenda? Vielleicht können Sie da mal ein, zwei Beispiele rausnehmen. Und zwar auch aus Ländern, die wir vielleicht nicht so auf dem Zettel haben. Was ist beispielsweise, was geht in Norwegen, was geht in Finnland? Um mal die Beispiele zu nennen. Wenn wir mit Finnland starten und auch vielleicht eben dann noch eine Parallele zu Deutschland ziehen wollen, dann wäre Obdachlosigkeit, denke ich, ein gutes Beispiel. Wo man auch sieht, dass es ein europaweites Problem ist. Also jeden Tag sind ca. 700.000 Menschen obdachlos oder schlafen auf der Straße in Europa. Und ich denke, das ist auch eine Zahl, die einfach inakzeptabel ist. Und Finnland ist das einzige Land, in der die Zahl der von Obdachlosigkeit bedrohten Menschen seit Jahren abnimmt. Weil sie einen Ansatz fahren, der sich Housing First nennt. Wo der Grundsatz, wie der Name schon sagt, darauf fußt, dass Menschen, die in Obdachlosigkeit leben, das Erste, was sie brauchen, ist ein Dach über dem Kopf. Und nicht, sage ich mal, erst mal sich um andere Probleme zu kümmern, die oftmals mit einer Obdachlosigkeit auch einhergehen, wie beispielsweise psychische Probleme oder Problematiken mit der Drogenabhängigkeit etc. Und das ist ein Ansatz, der sich auch mittlerweile mehr und mehr in anderen EU-Ländern durchsetzt. Dass man sagt eben, dass die soziale Wohnungsbau muss gestärkt werden. Es brauchen Leute, die in Obdachlosigkeit sind. Als allererstes eine feste Wohnung. Und dann kann man sich um die anderen Problematiken kümmern. Und das ist wieder auch so ein Ansatz, den wir dann bei Euro-Diakonier oder wo die EU-Ebene auch eine Hilfe sein kann, dass solche Ansätze, die in anderen Ländern funktionieren, als Beispiel geben können, um dann auch die eigenen länderspezifischen Ziele anzupassen. Vielleicht ein anderes Beispiel aus Ungarn oder Bulgarien ist eine Problematik mit Roma, die vielleicht jetzt in Deutschland nicht so präsent sind, aber auch genauso auch in Deutschland vorhanden ist, dass Leute mit einem Roma-Hintergrund nach wie vor so, so, so viel mehr von Armut bedroht sind. Also ich glaube 90 Prozent, wenn ich mir die Zahnrichtlinien im Kopf habe, beispielsweise in Ungarn von einem Roma-Hintergrund sind von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht. Es sind ganz, ganz viele Kinder, wo der einfachste Zugang zu Wasser zum Teil nicht vorhanden ist. Wo jetzt auch mit Corona keine Möglichkeit bestand, von zu Hause aus zu arbeiten, mit einem Internetzugang beispielsweise. Oder da die Schulbildung dann ist, seit einem Jahr ausgesetzt ist praktisch. Was auch wieder dazu beiträgt, dass dieser Generationenvererbung von Armut und dieser Zyklus nicht gebrochen werden kann. Und das ist auch etwas, was schleunigst angegangen werden muss. Und auch in Deutschland ist der Bildungszugang für Kinder in einem Roma-Hintergrund auch nicht auf gleichem Niveau wie für andere. Und das ist ja vielleicht so ein konkretes Beispiel, wo man, wo viel zu oft auch noch weggeguckt wird. Oder im Migrationsbereich vielleicht natürlich für undokumentierte Flüchtlinge, wo der Zugang zu den Sozialdienstleistungen ja auch nicht in dem Maße vorhanden ist. Sie haben jetzt als Beispiel Finnland und Housing First genanntes Modell oder dieses Konzept wird auch in Deutschland, wie Sie sagten, zunehmend diskutiert. Dennoch frage ich mich, es gibt europäische Länder, die für bestimmte Problemstellungen offensichtlich gute und funktionierende Ideen haben. Beispiel Finnland. Dennoch scheint es relativ lange zu dauern, bis das, ich nenne es mal, gegenseitige Learning der europäischen Länder für bestimmte Problemfelder überhaupt in Gang kommt. Also ich vermute mal, dass die Finnen sich Housing First nicht erst gestern ausgedacht haben. Wie kommt es, dass das so lange dauert? Ist es generell das eurokratische Problem oder ist Eurodiakonie eigentlich fix genug? Das ist eine gute Frage. Ich denke, das ist auch wieder ein Grundsatz einfach der Problematik, dass viele der Kompetenten, sage ich mal, im sozialen Bereich auf EU-Ebene nicht auf EU-Ebene verankert sind. Das heißt, es gibt diese sogenannte offene Methode der Koordination. Also Mitgliedsländer haben immer schon die Möglichkeit gehabt, auch, sage ich mal, diese Beispiele zu präsentieren und voneinander zu lernen. Aber ich denke, im Endeffekt ist es dann auch die Verantwortung der Mitgliedsländer, ob sie das hören möchten oder nicht. Und das ist leider auch wieder wahrscheinlich aus meiner Sicht dann politisch getrieben oder motiviert, dass das auch bewusst nicht wahrgenommen wird. Oder dass man sagt, warum, auch wenn das jetzt in Finnland vielleicht mit dem Housing First gut funktioniert, warum haben wir da so lange weggeguckt und das als Problem nicht wahrgenommen? Auch in Deutschland beispielsweise mit der Problematik von Obdachlosigkeit. Das ist auch nichts, was auf Deutschland-Ebene beispielsweise unentdeckt gewesen wäre. Das sind leider wieder die politischen Mühlen, die doch immer wieder sehr, sehr lange dauern, um sich oftmals für gerade die von besonderer Benachteiligtheit betroffenen Personengruppen und sich dafür einzusetzen und stark zu machen und dafür Gelder auszugeben. Da braucht es soziale Investitionen, die in den letzten Jahrzehnten auch nach der Finanzkrise besonders gelitten haben und die sehr, sehr restriktiv waren und da eher gekürzt würde, anstatt in den Bereich zu investieren. Und auch da hoffen wir jetzt mit Corona, dass man daraus gelernt hat und gemerkt hat, dass es eigentlich keine Perspektive hat, wenn in dem Bereich gekürzt wird oder wenn die soziale Ungleichheit zunimmt, dass das auch für beispielsweise wirtschaftliche Belange nicht von Vorteil ist, sondern das geht Hand in Hand. Und von daher sedieren wir dafür, dass soziale Investitionen wieder viel, viel mehr getätigt werden, um dann auch eben dieses Miteinander und das Voneinanderlernen von guten Beispielen dann auch umgesetzt werden kann. Herr Kitzmann, wir zwei sind jetzt ja unter uns, da hört ja niemand zu. Jetzt reden wir mal ganz offen und ganz ehrlich. Wie optimistisch sind Sie, dass das, was Sie eben geschildert haben, auch eintritt, dass nach Corona die Leute sagen, okay, wir müssen mehr Geld fürs Soziale ausgeben, weil das haben wir in Corona gelernt? Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir wirklich nur unter uns zwei sind, aber ich versuche ehrlich zu sein. Ich bin positiver, als ich das beispielsweise war nach der Finanzkrise. Also ich denke, vor allem, dass wir dieses Investitionspaket haben, ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung und es ist positiv. Aber wie Sie auch schon angemerkt haben, wie realistisch ist es, dass da auch jetzt soziale Themen im Vordergrund stehen. Und da haben wir auch unsere Zweifel und ich auch meine Zweifel. Ja, weil doch nach wie vor im Vordergrund steht der Wandel zur Digitalisierung und auch im Bereich Klima und Klimaschutz, was ja auch gar nicht zur Abrede gestellt werden soll. Aber genauso hätten wir uns auch gewünscht, dass eben auch da ein Prozentsatz vorgesehen wäre, beispielsweise von 10, 15 Prozent, der für soziale Themen investiert werden müsste. Und ja, was wir von unseren Mitgliedern gehört haben, ist auch in der Zusammenarbeit und in der Stellung dieser Pläne wurden die wenigsten wirklich in einer qualitativ hochwertigen Art und Weise involviert, was auch leider dann wieder dazu trägt, dass die Pläne aus unserer Sicht auf jeden Fall auch wieder eine große Chance haben, eine vergebene Chance zu sein, da wirklich diesen Wandel, den wir uns wünschen, mehr zu realisieren. Ich hoffe, dass es... Nee, nee, sagen Sie euch, Sie hoffen. Also ich hoffe trotzdem eben, dass auch ein Bewusstsein jetzt hoffentlich mit Corona auch stattgefunden hat, dass man beispielsweise in, ja, wie gesagt, wir haben in der ersten Lockdown-Phasen den Leuten im Krankenhaus zugeklatscht und wir haben eben auch vor allem auch die Leute in der Pflege und Pflegemitarbeiter hoffentlich auch da ein Bewusstsein mehr in der Gesellschaft und es ist eine Chance, da auch wirklich für verbesserte Löhne zu kämpfen und verbesserte Bedingungen. Und ich hoffe, dass wir das ja schaffen, eben das auch umzusetzen und dass es nicht nur bei leeren Worten und bei Applaus bleibt, sondern dass es wirklich jetzt eine Chance ist, aus der Krise zu lernen und da hoffentlich gestärkt herauszugehen, den ich trotzdem noch positiv, positiv bestärkt. Das hören wir gerne. Nochmal der europäische Vergleich. Deutschland hat in Fragen der Sozialpolitik ja eher einen, sagen wir mal, einen durchwachsenen Ruf. Das Gesundheitssystem gilt tendenziell eher als teuer und bürokratisch. Das Gleiche gilt auch für die Pflege. Das Bildungssystem gilt als verhältnismäßig starr und wenig durchlässig. Wie nehmen Sie das im gesamteuropäischen Vergleich wahr? Bezogen auf die Perspektive auf Deutschland dann, wie das von Europa aus gesehen wird? Ja, also wie wird sozusagen die deutsche Sozialpolitik im europäischen Kontext wahrgenommen und wie beurteilen Sie sie im Vergleich? Ja, ich denke, im Grundsatz wird sie doch eher noch positiv wahrgenommen. Das ist zumindest so der Eindruck, den ich gewinne, auch aus der Sicht von vielen unserer Mitglieder, dass das doch immer wieder auch gerne auf Deutschland geguckt wird und da im Verhältnis doch noch relativ viel passiert oder relativ hohe qualitative Standards sind. Ja, aber natürlich gibt es auch Bereiche, wo Deutschland dann auch wieder abfällt, also auch im Bildungsbereich oder in der Digitalisierung etc. und ja, ein Punkt, der uns einfach auch wieder im sozialpolitischen Bereich wichtig ist, eben sind diese sozialen Mindeststandards. Und auch da gibt es natürlich ein großes Gefälle innerhalb der EU, also auch im Nord-Süd-Gefälle, genauso wie auch im osteuropäischen Bereich, die sich natürlich wünschen würden wahrscheinlich, die Standards zu haben, die in Deutschland aktuell trotzdem vorhanden sind. Das heißt aber nicht, dass es in Deutschland nicht genauso große Unterschiede gibt, auch in diesen Bereichen. Wenn ich das richtig interpretiere, wenn man sich in Deutschland beschwert, dann ist das aus Ihrer Sicht ein Jammern auf höchstem Niveau? Nee, das ist nicht zwangsläufig. Also ich denke, es gibt wirklich auch genug Grund, sich dann auch in Anführungsstrichen zu jammern. Können Sie ein Beispiel nennen, wo die Deutschen sich zurecht beschweren oder die Diakonie sich beispielsweise zurecht beschwert, weil wir beschweren uns ja immer gerne? Ich weiß, am Beispiel Kinderarmut oder auch in dem Bereich, also auch in Deutschland ist eine viel zu hohe Zahl. Ich glaube auch, jedes vierte Kind ist von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. Und ja, auch da der Zugang zu Bildung, der Zugang zu solchen Themengebieten ist auch nicht vorhanden. Und auch da muss man schleunig nachgebessert werden als ein Beispiel. Oder, ja, das ist ein Beispiel, wo sich Diakonie auch noch für stark einsetzt. Eben ein Beispiel Obdachlosigkeit, wo nach wie vor viel zu viele Menschen nicht die Möglichkeit haben, adäquate Wohnungen zu bekommen. Ich denke, das ist ein Problem, dass in Deutschland auch sehr, sehr stark ist, der Wohnungsbau, wo es zählt. Genauso ist in Deutschland auch eine hohe Zahl an Leuten in prekärer Beschäftigung, wo das Einkommen nicht reicht, um wirklich ein angemessenes Leben führen zu können. Genauso mit dem Bereich Grundsicherung, Hartz IV, wo ja auch die Diakonie Deutschland sich ja stark dafür einsetzt, dass da die Regelsätze erhöht werden, weil das aktuell, so wie es ist, nicht zu einem adäquaten Leben reicht. Und das hat dann auch wieder nichts mit Jammern auf hohem Niveau zu tun, sondern das hat was mit Menschenrechten zu tun, mit einer Wertschätzung, mit Werten, wo es wichtig ist, auch darauf hinzuweisen und hinzuwirken, dass da auch die soziale Ungleichheit in Deutschland, die in den Jahren zugenommen hat, versucht, was dagegen zu setzen. Jetzt haben wir über Partikularthemen gesprochen. Zwei Fragen zum Abschluss. Erstens, aus Ihrer Sicht, welche Megatopics gibt es denn auf dem Weg zu einem sozialen Europa? Jetzt lassen Sie uns mal nicht über die Themen einzelner Länder reden, sondern der gesamteuropäische Überblick, die Top 5 oder die Top 3 der Themen aus Ihrer Sicht. Ich würde sagen, die Top 3 Ziele sind auch verbunden mit dieser sogenannten europäischen Säule der sozialen Rechte, die ursprünglich 2017 in Göteborg proklamiert wurde auf einem EU-Sozialgipfel. Und jetzt im März oder April dieses Jahres wurde ein Aktionsplan, auch von der Europäischen Kommission, vorgestellt zur Umsetzung dieses Aktionsplans. Und da hat jetzt auch im Mai eine Sozialgipfel in Porto stattgefunden, wo sich auch die Europäische Kommission, das Europäische Parlament, aber auch die Mitgliedstaaten, die Sozialpartner und die Zivilgesellschaft zusammenkamen und auch eine Deklaration verabschiedet haben, um sich eben für ein starkes soziales Europa einzusetzen und eben diese Prinzipien der europäischen Säule sozialen Rechte umzusetzen. Und da wurden drei übergeordnete Ziele auch festgelegt. Und das Erste ist, dass bis 2030 mindestens 78 Prozent der 20- bis 64-Jährigen in Beschäftigung sein sollen. Also das ist ein, der Kernziele ist Beschäftigung, ist Leute in qualitativ hochwertige Arbeit zu bringen und dabei auch die Geschlechterungleichheit auch in der Bezahlung von Männern und Frauen zu verringern. Das zweite Kernziel ist formuliert, dass bis 2030 60 Prozent aller Erwerbstätigen mindestens einmal im Jahr an der Fortbildung teilnehmen sollen. Also das Thema Bildung und Skilling, Reskilling, diese Thematik. Und als drittes Ziel würde ich nennen dann die Bekämpfung oder die Reduzierung der Zahl von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohter Menschen. Es wurde vereinbart, dass bis 2030 mindestens 15 Millionen Menschen weniger von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht sein sollen bis 2030. Und darunter auch 5 Millionen weniger Kinder in Armut. Vielleicht als Einordnung, also aktuell sind das Zahlen von 2019, da waren es ja um die 90 Millionen Menschen, die von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht sind. Und von daher sind das Ziele, die festgelegt worden sind, die ambitionierter sein könnten. Aber es ist trotzdem, denke ich, auch ein Schritt in die richtige Richtung, dass man die drei Kernziele vielleicht jetzt mal formuliert hat. Das heißt, wir zwei sprechen in neun Jahren wieder und überprüfen mal, was aus diesen Zielen geworden ist. Herr Klitzmann, letzte Frage. Wenn man als Mitglied der Diakonie Bayern, Deutschland oder eines anderen Landes, und ich möchte nochmal sagen, wir haben auch Hörer in Japan, wenn man als Mitglied der Diakonie von Eurodiakonie profitieren möchte oder Eurodiakonie unterstützen möchte, welche Partizipationsmöglichkeiten gibt es denn da? Es ist die Möglichkeit, sich dann auch als Mitglied bei uns zu bewerben oder sich bei uns zu melden im Sekretariat in Brüssel. Da gibt es die Möglichkeit. Ansonsten haben Sie die Möglichkeit, sich bei unseren Newslettern zu abonnieren. Die finden Sie auf unserer Webseite www.eurodiakonie.org. Da können Sie sich auch zu thematischen Themen dann informieren. Ansonsten veranstalten wir öffentliche Diskussionsrunden, Podiumsdiskussionen, wo Sie auch jederzeit herzlich eingeladen sind, teilzunehmen. Ansonsten sind auch die Hälfte unserer Angebote dann auch für Mitglieder reserviert, also die, die dann nicht wieder öffentlich sind. Von daher kann ich auch nur jedem dazuraten, sich bei uns zu melden, zu engagieren. Auch wirklich alle lokalen Organisationen der Diakonie in Deutschland sind Teil von Diakonie Deutschland, wenn ich das richtig verstehe. Von daher auch jeder die Möglichkeit, sich bei unseren Netzwerktreffen anzumelden, die wir normalerweise alle zwei, drei Monate dann auch vor Ort organisieren zu thematischen Themen, wo wir zwei, drei Tage zusammenkommen. Das ist also die Möglichkeit. Ansonsten sind wir im Austausch mit unseren Mitgliedern in thematischen Arbeitsgruppen, wo es die Möglichkeit gibt, aktiv teilzunehmen. Das sind vielleicht so ein paar konkrete Beispiele. Das heißt, die Mitgliedschaft und die damit verbundenen Benefits werden gewissermaßen vererbt über den Bundesverband und den freundlichen Landesverband bis runter zu den Mitgliedern. Genau. Herr Kitzmann, ich bedanke mich ganz herzlich. Sie haben uns einen kleinen Einblick gegeben in das, was die Diakonie in Brüssel und in Europa tut. Wir wünschen weiterhin alles Gute auf dem Weg nach 2030. Und wie gesagt, in neun Jahren werden wir uns darüber unterhalten, was aus diesen Zielen geworden ist. Bis dahin erstmal alles Gute für Sie. Vielen Dank, herzlichen Dank für das Gespräch. Hat mich gefreut. Und alles, alles Gute Ihnen auch. Und ich freue mich auf das Gespräch im nächsten Jahr. WIKA, der Podcast der Diakonie in Bayern. Die zeitweise etwas schlechte Verbindungsqualität dieses Gespräches bitten wir zu entschuldigen. Und wenn Sie jetzt auch Mitglied werden wollen bei Euro Diakonia, um von den exklusiven Vorteilen zu profitieren, Sie finden die Links in den Shownotes. Jetzt gibt es Häppchen. Kleiner Nachtrag für die Kollegen und Kolleginnen der Caritas. Auch Sie haben natürlich eine Organisation in Brüssel. Sie hört auf den schönen und durchaus treffenden Namen Caritas Europa. So, es geht mit großen Schritten Richtung Sommer. Und für die Diakonie in Bayern bedeutet das, In wenigen Tagen beginnt die Juli-Sammlung der Bayerischen Diakonie. Einen Monat lang sammeln wir für die kirchlich-diakonische Arbeit in Mecklenburg-Vorpommern. Und wenn Sie den Hospiz-Neubau in Güstrow unterstützen wollen, das ist nämlich unser diesjähriges Projekt in Meck-Pom. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Wo sonst? Und das war es für heute von Mika. Beteiligt war wie immer Ariel Döhler. Und wie immer freuen wir uns über Likes, Abos und Kommentare in den sozialen Netzwerken oder auch direkt über podcast.diakonien-bayern.de. Ich bin Daniel Wacken. Ich verabschiede mich für heute. Bleiben Sie gesund. Bleiben Sie stark. Retten Sie die Welt. Mika ist eine Produktion des Diakonischen Werkes Bayern. Mehr über Mika und die Diakonie in Bayern finden Sie im Internet unter www.diakonie-bayern.de slash podcast.